Herzlich Willkommen vom Nextmove Außendreh. Ich bin heute in Grünheide, nicht alleine, ich bin hier mit Tesla Kit, unserem zukünftigen Außenreporter von Nextmove. Wir stehen hier gemeinsam auf der mutmaßlich ersten Baufläche von Tesla, nämlich einem Parkplatz, der hier schon mal angelegt wurde, bevor das Grundstück überhaupt gekauft wurde. Das Grundstück, um das es geht, ist auch nicht das, wo wir hier gerade stehen, sondern da hinten das Waldstück. Das schauen wir uns gleich noch näher an und was wir in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam mit Tesla Kit hier noch vorhaben in der Gegend, dazu mehr hier im Video. Wir sind jetzt hier direkt am Rande des Waldstückes, nämlich das Waldstück da hinten, um das es geht. Hier werden wir also die Bautätigkeiten in den nächsten Wochen und Monaten beobachten wollen. Das Ganze wird für uns machen unser Nextmove Außenreporter. Vielleicht stellst du dich kurz selber vor. Ja hallo, ich bin der Silas, ich bin bekannt als Tesla Kit. Ich werde in nächster Zeit für Nextmove als der Reporter vor Ort arbeiten und meine Familie und ich sind riesig große Tesla Fans und besitzen auch einen Model 3 Performance. Ich wohne hier seit sechs Jahren und bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, was jetzt sich hier noch in den nächsten Jahren verändern wird. Das geplante Baugelände hier von Tesla in Grünheide umfasst ca. 300 Hektar. Tesla will hier in zwei Jahren, also ab Ende 2021, Autos vom Band rollen lassen. Zunächst das Model Y oder Model Y. Investiert werden sollen vier Milliarden Euro und bis zu 7000 Arbeitsplätze entstehen. Kürzlich wurde bereits die Tesla Manufacturing SE im Besitz in Brandenburg an der Havel gegründet. Bereits 2001 hatte BMW vor sich, auf diesem Gelände anzusiedeln. Sie entschieden sich letztendlich jedoch für Leipzig. Aufgrund der damaligen Gespräche existiert bereits ein Bebauungsplan für diese Art der industriellen Nutzung. Seitens des Landes Brandenburg hat man extra eine Taskforce unterhalb des Ministerpräsidenten eingerichtet, speziell für dieses Projekt. Beim Landkreis Oderspray hat man bereits eine weitere Ingenieursstelle im Bauordnungsbereich geschaffen, um die Prüfaufgaben möglichst schnell erledigen zu können. Das Tesla Gigafactory Gelände liegt am östlichen Berliner Ring und ist ca. 25 Minuten Fahrtstrecke mit dem Auto vom BER entfernt. Ich bin mal gespannt, was zuerst fertig wird. BER oder Tesla Gigafactory. Ich stehe hier am Bahnhof Fangschleuse. Das ist der Bahnhof, der am nächsten zur Gigafactory ist. Von diesem Bahnhof aus kommt man auf der Richtung nach Berlin und auf der Richtung nach Frankfurt Oderspray. Wie ihr auch schon hier hinter mir sehen könnt, ist hier auf jeden Fall noch Investitions- und Verbesserungsbedarf. Weil wenn hier wirklich tausend Leute täglich ein- und ausfahren, kann das natürlich nicht so bleiben. So, wir sind mal noch etwas tiefer in den Wald gegangen, um hier nach bedrohten Tierarten Ausschau zu halten. Hast du schon welche gesehen? Noch keine. Ja, Vögel haben wir zwitschern hören, aber wir wissen nicht, was für welche. Der NABU hat sich gemeldet, dass mehrere bedrohte Tierarten hier im Gebiet vorkommen sollen. Allerdings gibt es gewissen Zeitdruck ja, diese Arten auch festzustellen. Denn die Rodungen, aus Naturschutzgründen wohlgemerkt, dürfen also oder müssten bis März abgeschlossen sein. Dezember ist fast rum, Januar, Februar und dann muss ja schon der Wald im Hintergrund, dieser Wald da nämlich, auch wirklich weg sein. Und seitens der Behörden kann man erst prüfen, wenn Tesla weitere Unterlagen eingereicht hat, die nämlich die Themen Emissionen, Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft berücksichtigen. Erst danach würde sich das Amt auf die Suche nach bedrohten Tierarten begeben. Genannt wurden da Zauneidechse und Fledermäuse. Die befinden sich derzeit im Winterschlaf. Und auch der Baumfalke wurde genannt und der ist zurzeit abwesend. Der ist im Winterquartier in Afrika. Ja, Zauneidechsen gibt es hier auf dem sandigen Boden im Land Brandenburg, soweit ich weiß. Ich habe selber auch mal Biologie studiert ein paar Jahre. Mehr oder weniger an jeder Ecke. Übrigens ist die Zauneidechse Reptil des Jahres 2020. Wir zeigen euch ein paar Fotos. Die Bilder wurden tatsächlich im Berliner Umland in der Nähe des Berliner Rings aufgenommen, in einem Lebensraum von Zauneidechsen. Allerdings ist der geschlossene Kiefernwald, wie wir ihn in Grünheide vorgefunden haben, kein geeigneter Lebensraum. Die Tiere brauchen also offenes, besonntes Gelände, sind also von der Abholzung nicht betroffen. Möglich wäre aber sicherlich eine Ansiedlung im Randbereichen von der Gigafactory, wenn sie denn tatsächlich fertig ist. Denn offenes Gelände auch in der Nähe des Menschen wird von den Zauneidechsen gerne besiedelt. So Silas, zur Charakteristik des Waldes so ein bisschen. Erinnert mich das an Brandenburg. Hast du das schon mal irgendwo gesehen? Was sind das für Bäume hier? Ja, das ist der Kiefernforst und den gibt es hier in der Gegend überall. Und wie man am Boden auch sehen kann, gibt es hier nicht wirklich mehr als Moos und Heidekraut. Und ein paar kleine Kiefern gibt es auch noch hier. Ein paar haben es geschafft, hier unten im Dunkeln groß zu werden. Genau. So, wir hoffen, dass die deutsche Bürokratie bald zum Erfolg kommt, wenn Tesla alle nötigen Unterlagen eingereicht hat und es hier bald zum Bau der Tesla Gigafactory 4 kommt. Der Silas wird euch als Außenreporter von Nextmove für die Next News regelmäßig mit Informationen hier auf dem Kanal versorgen. Und ich glaube, dass es ja bald losgehen soll. Das heißt, es ist schon mal Zeit für den ersten kleinen Spatenstich. Ich hoffe, es war interessant für euch. Unsere kleinen Einblicke hier direkt von vor Ort. Und dann bis zum nächsten Video.